Meine Freunde, was geht ab? Hier ist euer Delmar mit einer neuen Reaction zu Sadr featuring Harland 936 Rabona. Produziert bei Carthago und STXRM808. Buskapé. Ich hab Preview auf TikTok gesehen, Bruder. Harland hat auseinandergenommen. Bruder, der hat auseinandergenommen. Der hat den Beat, der hat den Beat aufgegessen. Jetzt let's go. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn Sadr und Harland aufeinandertreffen, sind die Flow-Ketten, die Reimketten nicht mehr normal, Bruder. Die flauen da weg wie nichts. Bruder, die hauen da alles platt. Alles, alles. Jetzt komm. Enttäuscht nicht. Aber was enttäuscht, Bruder? Erstens muss man sagen, geil, dass die die Lyric unten drauf geschrieben haben. Bruder, was ist das für ein Flow von Harland? Der flowt da wie in AK, der flowt da durch den Beat, das ist ja B. Bruder, der flow ist nicht mehr normal, Bruder. Harland, was der zur Zeit liefert, ist krass, was für so eine Variabilität so. Das ist Variabilität a la Bobby, Bruder. Der macht deep, der macht melodisch, 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 melodisch. Und dann macht er so Rap in die Fresse, Bruder. Pepp, Guardiola, Technik. Haarland, komm von unten aus der Gosse wie ein Laufey bei der Junge aus dem Viertel. Das bittet in einem One-Tag-Dick-Lakotik-Wakum-Pies, warte in Fließsache von Norweig, Brüssel 0,8. Geh ins Long, babe. Dick, 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 drum. Mach ich clip, wir all de Paris. Dribbel alle O-M-M-A-C-O-E verlegt. Boah, Bruder, das ist der Flow, wie der Beat auch mitzieht. Bruder, ich muss ehrlich sagen, Respekt an die Beat-Produzenten, Bruder. Dieser Beat ist nach vorne gehend. Nach vorne gehend, wie Cristiano Ronaldo. Ah, Spaß wie Messi. Auf jeden Fall, Bruder. Harland, das ist sein Spezialgebiet, Bruder. Hier spricht, Bruder, hier darüber schreibt der Facharbeit, Bruder. Ohne nachzudenken, ohne Quellenangaben, Bruder. Harland, in diesem Beat, der schreibt Facharbeit ohne Quellenangaben. Boah, Boah. Show, ihr könnt sagen, die Lyric, das macht gar keinen Sinn, was er da rappt, Bruder, aber das fühlen wir. Bruder, wie der das, wie der das rüberbringt, das fühlen wir. Bruder, das ist nicht mehr normal, was der hier droppt. Ich sag dir, wie ehrlich, diese Flow-Ketten, Bruder, das mag's. Panenka, Bruder, wenn du nicht weißt, was Panenka ist, geh nach Hause. Geh bitte nach Hause und hol dir ein Sahne-Eis. Bruder, was, du weißt nicht, was Panenka ist, Bruder? Baini Asabir, Baini. Der redet über, der rappt jetzt über Fußball. Und das ist genau das, was wir hören wollen. Bruder, Bruder, was, ey, guck mal, erst mal, Sadi kommt da mit einem perversen Flow. Mit einem perversen Flow. Zieht den Beat erst mal ein bisschen nach hinten, aber noch nach vorne ging der Flow. Und dann Haaland, Pam, Junge, diese Abwechslung stark. Sau starker Song, sau starker Song. Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, ich hab die ganze Zeit ausgehalten, den nicht zu hören, den ganzen Tag. Ich hab gewartet, bis ich mit euch reagieren kann. Reagieren, reagieren, wir reagieren. Auf jeden Fall, das ist brutal, das kommt direkt im Playlist. Bruder, ich werd damit morgen Push-Einheit, Bruder, werd ich auseinandernehmen. Bruder, der Beat, wie der sich dann immer, wie der sich anzieht und dann auch der Flow zieht sich an. Du kannst mir sagen, was du willst, ne? Flow-technisch, flow-technisch ist das stark. Das ist aber nicht gut, Lirik, die Leibern nur über Fußball. Bruder, dann geh raus und guck dir was anderes, wenn du nicht über Fußball reden willst. Wie auch der, wie nennt man das, dieser Kontrast zwischen nach vorne gehenden Parts und ganz melodischer, ganz gechillter Hook. Starker Song, starkes Release, checkt das auf jeden Fall ab, euer Delman, peace out.